Seid ihr auch manchmal von eurer Routine gelangweilt? Nun, wir sind für euch da! Seht euch also die unglaublichen Videos von Arbeitern an, die ihre Arbeit perfekt erledigen, um euch eine Pause von der Monotonie zu geben. Wir garantieren euch, dass euch diese Zusammenstellung motiviert und euch dabei hilft, eure Arbeit aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Und während wir die Videos für euch vorbereiten, könnt ihr uns eure Liebe zeigen. Ich bin total überwältigt, wie hypnotisieren dieser Konditor eine gläsene Schicht Zuckerguss aufbringt. Die Fähigkeiten dieses Meines sind verrückt. Das ist viel schneller als jeder Geschirrspüler. Lehnt euch einfach zurück und genießt die unendliche Bewegung. Und jetzt seht euch an, was die beweglichen Hände eines Menschen nur alles anstellen können. Unser Küchenchef verfügt über ausgezeichnetes Zeitmanagement, sodass kein Gast lange auf seine Bestellung warten muss. Wenn ein Weltmeister-Tetris-Spieler hinter dem Steuer sitzt, es ist erstaunlich, wie ein Arbeiter mit bloßen Händen perfekte runde Spiegel herstellen kann. Dank seiner Erfahrung kann dieser Arbeiter mit nur wenigen Ziegeln ein Auto wieder in Ausstellungsqualität bringen. Unglaublich! Keine Maschine könnte diese Arbeit angenehmer machen. Ich hoffe, ihr seid bereit, die perfekteste Linie jemals zu sehen. Schaut euch das an! Hier seht ihr, wie ein Warnlager aussieht, wenn dort ein echter Profi arbeitet. Das könnte ich mir stundenlang ansehen. Teilt uns in den Kommentaren, mit welchem Prozess ihr für immer anstehen könntet. Seht euch das an! Dieser Typ ist ein Genie! Und jetzt seht euch an, was dieser Profi in nur wenigen Sekunden tun kann. In den Händen eines erfahrenen Handwerkers kann ein Hochdruckreiniger sogar eine Schicht felsenfestes Eis verarbeiten. Blinzelt jetzt nicht, denn sonst verpasst ihr die blitzschnellen Wundern-Faltfähigkeiten dieser Frau. Eine Bagger-Schaufel wird in den Händen dieses Fahrers zu etwas sehr Feinem. Mithilfe einer Wandsäge vernichtet ein Arbeiter einen Funkturm in 3, 2, 1. Fantastisch! Dieser Arbeiter wird eure Kiste schneller einpacken, als ihr es euch wünschen könntet. Die Art und Weise, wie dieser Baumeister Zement verlegt, ist einfach unglaublich befriedigend. Wer sonst würde einen Sumpf einem langweiligen Büro wie diesem vorziehen, für den jeden Tag ein Abenteuer ist? Der Prozess, die Rinde von einem Baum zu entfernen, ist äußerst ansprechend. Ich habe noch nie so erstaunlich gebratene Pfannkuchen gesehen. Als echter Enthusiast für seine Handwerkskunst kann dieser Mann mit mehreren Metern Schauglas umgehen, ohne ins Schwitzen zu kommen. Und diesen Prozess fand ich sowohl für meine Augen als auch für meine Ohren angenehm. Jetzt schlage ich vor, wir tauchen zusammen ein und erleben die gründliche Reinigung eines Pools. Die Suppe gehört diesem Arbeiter eher statt der Schwerkraft. Unglaublich! Kein einziger Tropfen verschüttet. In geschickten Händen können sich selbst automatische Scheren in ein Werkzeug für künstlerische Ausdrucksformen verwandeln. Ich verstehe einfach nicht, wie dieses Level an Perfektion überhaupt möglich ist. Und ein Verlader fand die beste Möglichkeit, zehn schwere Reifen ganz schnell zu bewegen. Hinter dieser unglaublichen Verwandlung eines schmutzigen Teppichs muss ein Zauberer stecken. Eine Trommel wie diese von Hand zu erschaffen, erfordert das gleiche Maß an Ausdauer und Geduld wie dieser Künstler. Und dieser Kerl hat die beeindruckende Fähigkeit, Gold in Smaragde zu verwandeln. Man braucht nur zwei qualifizierte Profis und einen Stock, um Tonnen Zement von einem Kran zu transportieren. Ist das ein Koch oder ein Künstler? Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Wow, dieser hier ist definitiv nicht nur ein Koch. Kann ein normaler Mensch überhaupt so etwas tun? Ach, das hier soll niemals enden, bitte. Ein so fleißiger Arbeiter kann sogar einen verlassenen Fußweg einfach wieder freimachen. Das Talent dieses Künstlers ist etwas, das man gesehen haben muss, um es zu glauben. Diese Wasserbändiger machen mich wahnsinnig. Wer hätte gedacht, dass ein Baggerfahrer ein geborener Juwelier sein könnte? Seht euch die effizienteste Montagelinie der Welt an. Ihr habt noch nie so etwas wie das hier gesehen. Wartet einfach ab und genießt es. Die Fähigkeiten dieses Küchenchefs beim Schneiden von Guafen werden euch einfach umhauen. Die Kunst, die diese talentierte Person gezeichnet hat, macht mich sprachlos. Lasst einen Like da, wenn ihr genauso reagiert habt. Die Künstler Seht euch diesen genialen Stuckateur an. Seine Geschwindigkeit ist auf einer ganz anderen Ebene. Profis können zerstoßenes Glas verwenden, um einzigartige Muster zu erhalten. Das ist wirklich cool. Bis zum nächsten Mal. Die Geschwindigkeit dieser Frau kann man nur mit einem Blitz vergleichen. Das ist ohne Zweifel die beste Autowaschanlage aller Zeiten. Diese Heckenschere weiß, wie sie ihre Arbeit spektakulär und angenehm gestalten kann. Mit so geschickten Händen sieht es nie langweilig aus. Ihr werdet diese Methode, um neun perfekte irische Kaffees gleichzeitig zuzubereiten, lieben. Nur ein echter Profi kann so gute Arbeit mit heißem Glas abliefern. Wie jede Frau liebt diese Schafe es, ihr Aussehen zu verändern. Und ihre Friseurin leistet tolle Arbeit. Dieser Maler ist geschult im Verputzen, um eine unvergleichliche Wirkung zu erzielen. So etwas habt ihr noch nie zuvor gesehen. Genießt es und wartet ab. Seht euch die unglaubliche Genauigkeit an, mit der dieser Arbeiter Steinspaltet. Die außerordentliche Liebe zum Detail dieses Künstlers ist so unübertroffen, dass er sogar Godzilla auf einem einzigen Reiskorn nachbilden kann. Seht ihr auch so von diesem schönen Holzschnitzerei-Prozess fasziniert? Dank dieser Teppichputzmaschine wird Viti endlich die Welt wiedersehen. Ihr müsst zugeben, dass es ein Vergnügen ist, Profis bei so schnellem Tempo zu beobachten. Diese Kraft macht süchtig. Ich liebe es einfach, Menschen so leidenschaftlich arbeiten zu sehen. Dieser erfahrene Koch mit seinem lächerlichen Messer hat eine Überraschung verrat. So fixiert ein Genie ein Multi-Tonnen-Schiff. Manchmal erschaffen Künstler erstaunliche Dinge auf Leinwand. Aber dieser Kerl hat alle übertroffen, indem er ein Meisterwerk auf Eis erschaffen hat. Fantastisch! Und dieser Experte könnte ein gesamtes Produktionsteam ersetzen. Die Art und Weise, wie dieser Fahrer seinen Bagger bedient, ist wahrhaft beeindruckend. Solch eindrucksvolle Arbeiten mit heißem Metall sind nur unter der strengen Aufsicht eines Profis möglich. Ich glaube nicht, dass eine Maschine in der Lage ist, so etwas nachzumachen. Findet ihr nicht auch? Agabe zu ernten, ist wegen ihrer scharfen Blätter ziemlich hart. Aber dieser Kerl scheint unbeeindruckt zu sein. Mit so einem Lifehack sieht jede Falte perfekt aus. Das ist ein Nervenkitzel für meine Augen. Warum wusste ich nicht, dass Täpferei so schön sein kann? Es ist erstaunlich, dass dieser Mann Arme hat, die stark genug sind, um Metallstangen so effektiv zu verbiegen. Aber selbst zerbrechlich aussehende Frauen können stark genug sein, um eine Flugzeugluke zu schließen, die ein Vielfaches ihres Gewichts hat. Die feine Art, wie dieser Kerl Fisch schneidet, lässt mich schon sabbern. Warum sieht das einfache Auswerfen eines Fischernetzes nur so cool aus? Das könnte euch veranlassen, darin zu zweifeln, ob die Jahreszeiten wirklich die Farben der Natur verändern. Denn es könnte ja auch die harte Arbeit dieses Mannes sein. Er lebt den erstaunlichen Effekt eines Hammers, der tausende von Mikrorissen verursacht, ohne das Glas zu zerbrechen. Ich liebe es, ihre schnellen, präzisen Bewegungen zu beobachten. Ich liebe es, ihre Schmerzen, präzisen Bewegungen zu beobachten. Ein erfahrener Spezialist kann die Felgen durch Pulverbeschichtung wirklich einzigartig machen. Und nun erlebt das unglaubliche Geschick, Gurken so dünn zu schneiden, dass sie durchsichtig werden. Einfach so hat dieser Mann eine ganze Plantage für den Anbau von Reis eröffnet. Und jetzt zieht euch die Synchronisierung der nächsten Stufe von ganzen 16 Personen an. Und ich dachte, dieses Dach könnte nie wieder in seinem alten Glanz erstrahlen. Aber ein Experte konnte das dank seiner außergewöhnlichen Arbeit einfach so ändern. Vorsicht! Dieser Prozess ist hypnotisierend. Und das hier ist so unglaublich, dass ich mir dieses Video immer wieder ansehen möchte. Und das hier ist viel cooler als einen Drei-Punkte-Wurf zu sehen. Es ist erstaunlich zu sehen, wie eine Spachtel alles ist, was ein talentierter Maler braucht, um teuren dekorativen Putz herzustellen. Und nun trefft den Mann, der euren perfekten Weihnachtsbaum züchtet. Seht euch dieses Team von fantastischen Profis an, die ein Flugzeug renovieren, bis es nicht mehr zu erkennen ist. Seht nur, wie diese Frau alles gibt, damit die Wände einwandfrei aussehen. Wenn ihr zustimmt, dass Krapfenhersteller der beste Job auf Erden wäre, dann lasst doch einen Like da. Dieser Schweißer ist bei weitem der beste in der Branche. Eine Straße in Sekunden erweitern? Kein Problem! Diese Köche haben den größten Kebab aller Zeiten zusammengestellt. Er wiegt 104 in komplexen Mechanismus zu verwenden und dadurch ein paar zusätzliche Arbeiter zu ersetzen. Nur echte Experten dürfen Öl extrahieren. Ich kann nicht glauben, dass nichts hier rauskam. Macht euch bereit zu staunen, denn diese Fähigkeit ist wirklich beeindruckend. So sieht ein Meister geflügelnd Beine aus. Aber versucht das bitte nicht zu Hause. Jetzt rate ich euch, diese praktische Schritt-für-Schritt-Methode zum Fällen eines Baumes bitte aufzuschreiben. Es ist erstaunlich, wie man mit einem so groben Werkzeug so feine Zeichnungen erstellen kann. Was echte Profis tun, während ich nicht einmal einen Pfannkuchen in der Pfanne halten kann. Bei diesem Tempo werden alle Kisten in diesem Lager schon mittags fertig sein. Dieser Prozess macht mir wirklich Spaß. Nur damit ihr es wisst, jeder Riss in eurer Jeans ist handgemacht. Diese Kerle müssen sich täglich mit den Folgen von Schneestürmen auseinandersetzen. Und ihre Anstrengungen sind wirklich gewaltig. Die Geschwindigkeit, mit der dieser Buchhalter arbeitet, ist einfach unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass das Verlegen von Straßen ein so reibungsloser Prozess sein könnte. Eine originelle Tementfassade ist möglich, wenn man ein talentierter Künstler ist. Dieser Typ ist genauso talentiert wie schnell. Und diese Leute sind der Grund, warum diese Straße nie überflutet. Dank des meisterhaften Rollens sind die Knödel dieses Küchenchefs immer ausgezeichnet. Ich glaube nicht, dass dieser Zahn besser geschnitten werden könnte. Nur ein paar geschickte Bewegungen und die Wandausflüssiger Tapete ist fertig. Die geniale Lösung war Minecraft zum Leben zu erwecken. Und jetzt genießt dieser Mann seine Arbeit jeden einzelnen Tag. Mit dem richtigen Handwerker könnt ihr das Ersetzen eurer Lederpolster einfach vergessen. Wer hätte gedacht, dass das Bürsten von falschen Haaren so faszinierend sein könnte. Und diese Methode zum Austauschen beschädigter Fliesen ist wirklich brillant. Seht euch an, wie einzigartig dieser Barkeeper ist. Fantastisch! Erstklassiger Kaviar kommt dank der Liebe zum Detail in die Regale. Bin ich der einzige der jetzt frisch gepressten Saftwell? Seht euch diesen Straßenräumungskonvoi an! In diesem Video sieht es fast so aus, als würden die Arbeiter in perfekter Synchronität miteinander tanzen. Der angenehmste Teil des Mauerns. Das ist nichts Geringeres, als eine brillante Art, den Bambus innerhalb von Sekunden zu entladen. Was könnte befriedigender sein, als perfekt koordinierte Teamarbeit zu erleben? Wie wundert den atemberaubenden Prozess des Betankens in der Luft? Die Ingenieurskunst dieses Mannes erstaunt mich! Ich glaube kaum, dass selbst ein Friseur so glatt schneiden kann, wie diese Schaufel. Wartet nur, bis ihr seht, was dieser Künstler in so ein Chaos verwandelt. Und seht euch diese unglaubliche 3D-Wand an! Das ist alles, Leute! Vergesst nicht eure Meinung in die Kommentare zu schreiben, denn welche Arbeiter von heute verdient den Mitarbeiter des Monats Award? Und wie immer, abonniert bitte unseren Kanal und liked das Video, damit ihr keines mehr verpasst. Bis bald! 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 Untertitelung des ZDF, 2020